Sooo, es geht wieder los. Ja, wird nicht gut. Es wird sowas noch nicht gut. Ich hab ne Bosnien und ne Uppercut dabei. Waffenlager, go. Ich hab ne Springfield mit einem Schuss, ja. Guck mal, Trickshot. Ähm, Trickshot. Trickshot. Drei verschwindet, passt. Ja, das wird schon nix, da sind übrigens Raben. Ah, und hier sind Hunde. Hadouken. Hadouken! Oh lol, der Junge ist um die Ecke gesprungen. Er hat einen 180 in der Luft gemacht. Hacker. Danke. Oh, Raben. Komm ich schon vorbei, ohne dass sie fliegen? Ja. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Hier ist der Boss, hier ist der Boss. Ja, ich sehe auch was sehr Schlimmes. Ich sehe da vorne ein Zombie, der schon tot ist. Ah, das Ding ist weiß. Wahrscheinlich nur so ein Assets, das hier rumliegt. Ich hab hier ne Fliege vor mir her fliegen, das ist ein bisschen nervig. Der Zombie kann nicht mehr leben, der sieht dann tot aus. Also wie gesagt, wir sind alleine. Wir müssen ja nicht in der Location sein. Ja, warum sollten wir jetzt auch nicht, was hier gehört? Gar nichts gehört. Das Problem ist, es ist der Meuchler, also Haftbombe wird nicht funktionieren. Vielleicht halluziniere ich auch schon. Puh, der Alkohol. Ja, so viel war es dann auch wieder nicht. Es ist ein Witz, dass das nicht funktioniert. Ok, der Zombie lebt doch noch. Ich gucke, ähm, Südwest, Nord. Ja, lass mich ruhig allein machen. Du schaffst das schon. Gegen den Meuchler vor allen Dingen. Ich hab reingekackt. Womit soll ich schießen? Wollen wir schießen, oder? Ich hab schon ne Bombe geworfen, ne? Ok. Er brennt. Komm rein. Er teilt sich. Klon ist weg. Klon ist nicht weg. Klon ist nicht weg. Hörb! Uh, er kommt. Dann geht man ihm... ...um die Ohren... ...ballern kann. Ich glaube, ich höre es selbst. Ja, ich höre es selbst. Ja, ich höre es selbst. Ja, es ist rot. Es ist rot. Oh fuck. Ja, was geht denn hier ab, Alter? Wo ist der Ausgang? Ist welcher Richtung kam die steps? Ich glaube, Nordwesten. Ich habe, ähh, nuovo Schuss noch bekommen. Ich weiße nun nicht von wo. Nur aus Richtung Westen. Irgendwo dahinten. Wie gesagt, ich kann es aber nicht genau sehen. Dann habe ich das vorhin doch richtig gehört, den Schuss. Ah! Der Scheiß von mir hat mich eingezündet. Arschloch. Ich habe da mal Feuer gemacht. Da hinten außerhalb. Da hockt einer. Scheiße, ich hätte nicht nachladen sollen. Oh, hier ist einer. Tot. Dann einer ist noch außerhalb. Ja. Hat nicht. Läuft nach rechts weg. Aber so ein Zombieproblem. Ein Mate hier habe ich angezündet, den ich gedauert habe. Wie gesagt, der war da hinten. Der ist nach rechts weggelaufen. Okay. Das könnte auch ich sein. Okay, die anderen sind nicht mehr in der Location. Das Ding ist wieder weiß. Das war nur der Typ, der jetzt hier brennt. Irgendwo von Westen. Ja, genau. Da hatte ich ja die gesehen. Der auf jeden Fall hat man den Typen geschossen. Hm. Irgendwie schleichen im Stehen. Nee, ne? Nicht, dass ich müsste. Oh, hier liegt ein Wurfbesser. Lol. Danke. Lol. Ich habe hier so ein Mikroloch in der Wand, aber es bringt mir, glaube ich, nicht zufrieden. Oh, hier kann ich gut pieken. Das ist geil. Oh. Hier kann ich gut pieken. Ich bin hier nicht hoch, ne? Hast du gerade ein Zombie aufgeschreckt, Gerrit? Ja, bestimmt. Äh, die das, ne? Ich bin nicht... Ich bin gestürzt. Äh, wollen wir ein Boss heute machen? Nicht so lange, die noch da sind. Zu riskant. Hier wird ein bisschen angezündet. Er kann ihn ja langsam nach und nach machen, aber nicht voll, voll committen. Also, der Dude, der Dude, den ich gekillt habe, der ist komplett tot. Der ist ausgebrannt. Okay. Ja, 345 ungefähr, kommt der Schuss. Aua. Geil. Ich hole das. Eine Springfield 1867, aber weit weg. Mit Scope? Oh, ohne Scope. Hä? 113 Meter. Ist Niklas noch da? Ja, da, ja. Habt ich. Äh, leide ich erst mal. Ich hab jetzt nichts gesehen auf die Schnelle. Ich hab in euch diese 130 Meter weit weg. Ja. Ich zutte den Dude nochmal an. Mach ein bisschen weiter. Hier ist Notfallziel, wenn wir brauchen, im Bossraum. Direkt klingt von der Tür. Na, ist erst noch mal ins Feuer gelaufen. Wie sie. Wo ist er hin? Da ist er hin. Da ist er hin. Oh, fuck. Ich war nur in der Sackgasse. Bin ich schon wieder. Fuck, ich hab mich voll eingesperrt hier. Scheiße. Okay, hier ist weg. Gut. Oh, ich bin nicht durch. Gleich ist er dauernd. Oh, Leute. Okay, erstaunen. Was? War knapp. Weg mit ihm. Unten sind zwei Munitionskisten bisher. Oben ist einer. Falls Bedarf besteht. Naja. Ich zieh den halt auch. Also ich seh hier auch überhaupt nichts. Ja, da war im Norden. Der Schuss gerade. Ich warte hier einfach. Ja, ist das glaube ich das Beste. Einfach warten. Ja. Der Ausgang ist nordwestlich. Genau in der Richtung, wo die waren. Beziehungsweise sind. Das ist natürlich kacke, aber... Ja gut, Niklas ist da hinten. Wo liegt der auch absolut... Also ich seh hier absolut niemanden. Wir machen wieder denselben Fehler wie gestern. Wir teilen uns auf. Naja, ich hör's. Ich bin auch bei dir. Naja. Ich hab den Level 1er-Jäger, also von da ja. Ist mir dann eigentlich relativ wurscht, ob ich hier verbrannt werde. Und dann... ... Und dann. ... Vielen Dank. Ich mach mal die Schotten hier dicht. Was hat der eine Wetterli? Na, na gut. Ach, der erste hätte aus dem Haus da geschossen. Hatte ich auch vermutet. Ich hab da... Ja, genau, das kam aus der Richtung, aber später, als der ist halt in die Richtung gelaufen. Nachdem ich den gehittet hab. Vielleicht warst du auch nur ein Duo-Themen. Ach, ne, wer läuft denn da nach vorne? Das bin ich, ja. Da ist ein offenes Fenster. Von da könnte der geschossen haben. Oh, ne, von da sieht er mich nicht. Ich sehe den nicht. Da war so eine Fensterklappe offen. Aber da könnte er mittlerweile auch sein, ne? Ja, boah, das ist fast fertig. Essen ist fertig. Komm mal. Willst du gucken? Ne. Wir sind safe. Also Richtung Nordwest zum Ausgang. Let's go. Ähm, hier ist kein Ausgang. Oh, ist die Treppe hier. Oh, ist der Ausgang? Unten ist keiner. Oh, ist der Ausgang, oder? Ne, ist der Keller. Ja. Nein, ist kein Keller. Kannst gerne einen suchen, ich bin raus. Ich hab einen. Stimmt, kann kein Keller sein, ist der erste Stock da. So, Richtung Nordwest. Warte mal, warte. Ich gucke. Ich hab schon, ist nix. Hinter dir, Niklas, ach, äh, Gerrit. Ja, 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 ich hab's. A, du guckst. Würde ich sagen, laufen wir komplett bis nach Westen, bis zum Rand und dann einfach, äh, nordwärts. Äh, ja. Was natürlich sein könnte, ist, dass die am Ausgang campen, aber... Ich hab noch vier Sekunden. Ich hab drei. Das kriegen wir hin. Natürlich absolut offen hier. Ne. Ich guck mal vor uns. Alles clear. Jetzt, wo ich hier so zu Hause sitze, ey, könnt ihr schlafen, ne? Ich hab Kopfschmerzen, was ist das Problem? Echt? Ich nicht. Deswegen dachte ich an Steado Valley, so. Wir können ja hier noch eine Runde machen, dann hab ich eine halbe Stunde voll, dann... ...komm wir switchen. Weil das ist halt, sich aufs Ziel zu konzentrieren, das ist echt anstrengend für die Birne, ne? Alles clear. Ich will nix. Ich weiß ja nicht, ob man Alkohol so mit Schmerz mitte mischen sollt. Das ist immer ne gute Idee. Ja, Mann. Es geht alles. Wenn man nur will. Dein Körper ist halt schwach. Hört ihr Kinder? Das ist immer ne gute Idee. Schmerzmittel plus Alkohol. Hier, Bildungsauftrag gefüllt im Stream und im Video. Dein Körper ist halt schwach. Hier läuft ja nix mehr rum, was man erschießen kann. Boring. Ja, gute Runde. So. Oh, ein Kill. Passt. Komm, bin ich alleine. Äh, wir gehen nach da. Ey, ich komm doch, ich bin doch abends wieder da, ey. Wahrscheinlich komplett high. Oh, da war es Vögel. Schön, Sikron. Nice. And I say hey. And I say hey. Hey, 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 hey. Hunde. Hunde. Doggies. Er stellt Vögel genau in. Ja, gut. Ah, Vögel. Das ist der Klu da hinten. Oh, oh, oh. Great. Oh, lol, da kommt der da rausgestürmt. Junge. Feuer. Feuer im Loch. Feuer im Loch. Das hab ich auch, wenn ich Chili esse. Boing. Hallo. Äh. Ich hab den nicht genommen. Lol, ich bin dumm. Wasser. Ey, 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 ey. Äh, Ford Karmik oder Waffen, Waffenkopf, Wolfslager. Ich würde Waffen, Wolfskopf, Waffenlager. Also Richtung Süd. Waffenkopf, Wolfslager. Ach, mehr, komm, lass sofort Karmik in. Da. Ja, ich glaub auch beim Waffenlager ist wahrscheinlich immer gespawnt schon. Äh, Alter sind wir ja grad gespawnt. Das war ja die Location gerade. Ja, Lenni. Chicken. Chicken. Chicken, chicken. Chicken, chicken dinner. Das ist das chicken dinner. Winner, winner, chicken dinner. Chicken, chicken, winner dinner. Hier gibt's Zeug. Nicht für mich. Da ist ein, da hinten ist ein Inhalator. Da sind sogar zwei Clues, wenn ich richtig will. Oh, so gut. Oh, so gut. Da oben sind auch noch welche. Äh, null. Geht's denn hier hoch? Hier sind immer so, so, ähm, die Fliegerussis. Wie? Wie? Ach, komm, Alter. Das war Witz. Oh ja, ne, ist der ist immer noch der Clue. Perfekt. Ja, ich bin da. Bin da. Ich bin da. Fliegerussis. Hast du Wurfwasser? Ja. Jetzt dreht sie sich weg, das ist so ein Witz. Daneben. Daneben. Jetzt ist der hat sich den Kopf komplett weg von mir gedreht. Der ärgert mich. Daneben. Das war nicht, ich hab getroffen, aber nicht den Kopf. Ja, Wolfskopf Waffenlager mal wieder. Und wieder der Meuchler, Junge. Selbe Runde wie gerade. Da, wo wir gestartet haben. Ja. Ja, wir hatten nicht den selben Spawnpunkt wie in der Runde gerade, aber trotzdem. Aber wieder der Meuchler, ey, scheiße. Meuchler. Ich glaube, wir müssen ja CSGO spielen. Nein. All über Valorant. Oh, ich laufe nicht völlig vollständig, wenn wir das an. Okay. Hä? Hä, was ist da los? Hui. Ich habe keinen Schlagring. Und keine Ausdauer. Ich komme. Junge, mach weg. Ich habe keine Ausdauer. Fall um. Warum wechselt er die Waffen die ganze Zeit automatisch? Fall um. Ich habe... Geht doch. Hä? Ich habe, glaube ich, Piping oder Connection-Zeug. Piping? Ja, der wechselt die ganze Zeit automatisch die Waffen. Und irgendwo in. Da. Schau wieder! Fettfinger hast du vielleicht? Nein, ausnahmsweise nicht. Ich höre der Westmuschi. Kann man sich hier die Waffe angucken? Äh. Ich glaube nicht. Oh, Leute, das ist aber nervig. Gebt's doch Verbrauchsgüter. Ne, Klappschläge ist so hinterher. Ja. Gut. Wir sind allein. Das sieht erst aus wie du Röden nimmst. Ich bin mir erst nicht so sicher. Erst mal erschießen. Oh, das ist ein Fliegelungsschie. Hauptsache, einer schleicht dir hinterher. Nick, da steigst du mir hinterher. Kann der mir nicht verlängst, der erschossen hat. Er ist schießen, dann fragt. Das war nicht gut. Ja, jetzt ist die nächste. Hier ist einfach ein. Mach dir da. Fährt auf. Oh. Ich habe vielleicht ein bisschen was aufgeschreckt. Meizern? Der ist immer noch hinterher. Okay, hinter dir ist nicht so schlimm. Dann logge ich den jetzt zu, ja. Was hast du denn da? In der Lastraus. Was hast du denn da? Ich glaube, der kommt aus. Ja, ich habe mich im Schlagring. Der kommt da her. Boing. 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 Der ist da unten. Wir laufen drei Meuchler rum. Ich sehe nix. Toll da oben. Alter. Warum läuft das eigentlich immer darauf hinaus, dass ich den Boxer alleine mache? Weil du hast am besten Kampf. Ach so, guck mal. Solche Worte können auch aus deinem Mut kommen. Weil ich Angst verboßen habe. Das ist der Kanonenschutter. Boah. Ich versuche mal den Boss mit Tomahawk. Also mit der Wurfachse zu killen. Boah. 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 So, noch ist das Ding weiß. Ist alles safe. Übrigens, habe ich gerade gelernt, da wo wir herkamen in die Location, da außen, das zählt noch nicht als im Bossgebiet. Das heißt, wenn da Spieler sind, sehen wir das nicht mit dem Symbol. Das wusste ich schon. Toll. Niemand mag Angeber. Niemand mag Angeber. Sorry. Einmal mit Profis arbeiten. Ein. Mal. Ich habe ihn gefestigt. Hey, das war wieder nur ein Klon. WTF, Junge, was ist denn mit dem? Wo ist er hin? Ey, wie viele Klone hat der denn? Scheinbar, ich habe schon drei gekillt. Stell mal vor, der hat so ein Wacke und multipliziert sich einfach die ganze Zeit. Irgendwann stehen da so 200 Viecher. Quillt dann über. Geht einer rein, kriegt einfach die 200 Teuchchen, guck. Ich weiß nicht, wie wir das geil finden. Okay, nice. Das ist halt die von uns weg. Die meisten. Das ist nicht. Oh, Rib. Habe ihn leider nicht mit Toma abgekillt, aber passt. Ich mache jetzt mal die übelsten Mindgames, oder? Bist du? Hier sind wir ja hergekommen. Ich packe hier eine Beerenfalle hin, wenn wir die losgetan was. Ich gucke die Jüden, obwohl er auch echt hergekommen könnte, oder? Ich gucke Richtung Norden, da wo du gerade geschaut hast, wo du erschossen wurdest. Das war ein Game an, das war ein Game. Ja, wir müssen gleich in den Norden, ne? Durch Richtung und Location ist da, das ist die Gleiche. Das ist eigentlich egal von der Entfernung her. Ich würde irgendwie lieber für Norden, weil wir da schon halt waren. Das ist kein unbekanntes Terrain für uns. Okay, ich ziehe mich doch zurück. Mein Hauptbildschirm habe ich jetzt den Augenschon-Modus angemacht. Ich habe zwei Lampen, die auf mich leuchten. Augenschon-Modus. Aber mein Hauptbildschirm hat ab 23 Uhr so einen Augenschon-Modus an. Oh shit. Ich habe bei mir zum Beispiel, das Blaulicht habe ich bei mir raus. Wuiiuu, wuiiuu, wuiiuu. Alarm. Also ab 23 Uhr, nee, ab 22 Uhr 30 ist bei mir 80% Blaulicht rausgenommen. Nee, ich mag keine Krummzahlen. Ich kann das leider nie anders einstellen. Ist hier gerade einer durch Schlamm gelaufen? Ich nicht, nee. Nicht vor uns? Äh, Niklas? Und denn? Hörst du die Steps auch? Du bist doch in der Hütte vor mir oder unter mir, ne? Ja genau, in dieser Hütte ist Schlamm. Ach, machst du die Schlamm-Steps? Okay. Nein. Hier ist Heal-Notfalls dahinten. Das war eine schöne Schaufel im Kopf. Hallo, hau, 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 hau. Ich bin angestoßen, ob man das so tut. Äh, gut, das kenne ich. C-S-O-Rolica. Mojo. Unsere Tuffele? Nee, nee, die ist jetzt gleich fertig, die ist gleich gar. Schnell weg. So, ich guck mal. Alles safe. Also ich downloaden. Oh, die Sonne verbrennt. Der verstaubt, nee, verbrennt der gar nicht. Verstaubt die Sonne. Hat dir das Harald Lesch so erklärt? Harald Lesch? Ja, Harald Lesch. Wer ist Harald Lesch? Er kennt Harald Lesch nicht, oder? Nee, noch nie gehört. Hauptsache jeden, jedweden Influencer Deutschlands kennen. Warum soll ich Harald Lesch kennen? Das ist wahrscheinlich einer der intelligentesten, intelligentesten Menschen in Deutschland ist. Hinter mir? Daneben. So, wer will eine Schaufel abbekommen? Hat er bei Werwitz Müller mitgemacht? Uff, nein, hat er nicht. Ey. Nice. Hörst du? Hörst du? Äh, vor mir sitzt, oder? Hörst du? 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 Jetzt müsste ich überlegen, wie er heißt? Christopher? Hörst du überhaupt noch was mit C? Hörst du? 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 er eskaliert ja völlig da oben vor die schaufel im arsch wir haben es geschafft oder ist es sicher jetzt kann man schön das gehust die ganze zeit im leiterbildschirm anhören katron ballard kein kill aber 43 monster ja passt wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin 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 bis dahin